Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück bei League of Legends. Wir sind in der Promo. Wir spielen wie der Shen, weil mit dem läuft's gerade. Und wir spielen gegen meinen zweiten Mainchamp, oder meinen Mainchamp eigentlich mittlerweile, nämlich Renekton mit Ignite, das heißt, der wird ziemlich reingehen. Jo, also safe spielen. Safe, safe, safe. Er wird durch sein Q wahrscheinlich eh pushen. Ich hoffe, dass er da ein bisschen drauf geht. Mal gucken, was ist das für einer? Vielleicht kenne ich den ja. Von Kane. Ne, sagt mir nix. Thresh ist auf K. Das ist schon mal ganz gut. Gut. Wir haben einen Kogma als ADC. Na, das kann ja was werden. Okay. Das kann ja was werden. Ein AFK-Supporter. Was haben wir hier? Renekton, Elise, Victor. Okay. Na gut. Hoffen wir mal, dass der Thresh nicht AFK bleibt. Und wiederkommt. So, Elise wird Blue starten. Renekton ist hier. Alles klar. Und dann. Haha. Ist ja so gedacht. Hat kein Q mehr. Und die Wave pusht. Und der I ist schon mal toot. Ach, hat kein Q gemacht. Das ist schon mal gut. Aber er ist Stufe 2. Und da kommt gleich der Spaß. Und da ist der W raus. Das ist auch schon mal gut. Da, wo in den Minions gefightet war, war natürlich nicht so schlau. Oh lol. Oh, wo ist mein Schild? Top F. Top F. Vorsichtigen Fußes. Vordringen. Oh, der W ist raus, ne? Der W ist schon mal raus. Ah, da kannst du schon mal heimgehen. 3-0 im Team. Okay. Gut. So, wir brauchen 1.100 Gold. Ja. Okay. So viel dazu. So, Potzen raus. Bei allen beiden. Kein Flash mehr. Top F. Easy Kill. er fand natürlich stark das haben wir denn das war es nie ließen ja die wird wahrscheinlich ich komme sehr gut sehr gut los los, geh rein oh god geh mal hin aahhhh, das ist doch ein witz hätt ich den torn erwischt, ja oh ja, mein gott, hör auf zu flame, mein gott man kann doch mal einen fehler machen, oder ja 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 4 bei der damage ist einfach absolut der damage ist absolut das kann man nicht anders sagen der der mit schießt absurd aber ich weiß es ja eigentlich ich hätte nicht noch mal eingehen dürfen ich hätte nicht noch mal eingehen dürfen schade das schöne ist ich kann mit dem sie ja Weißt du, was ich liebe? Genau sowas. Genau sowas. Okay. Hook! Hook! und er kann farmen und er kann formen ok schen ist der absolute renäckter encounter hallo jungs warum ok s s s s s s s läuft ja man klasse ich hasse sowas genau sowas hasse ich ok 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 das machst du denn ok 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 so wie steht der i3 ok 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 Ja, der pusht halt jetzt. Ja, der pusht jetzt. Ja, der pusht jetzt. Ja, der pusht jetzt. Gott sei Dank. Danke. So, das haben wir. So, live und undo jetzt. Sehr schön. Du hörst das halt irgendwie, ne? Oh Gott, die ist ja super mad. Okay. 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 Jawohl, der ist weg. Der ist weg. Der Kopf rasiert. Sehr gut. Also, erstes Promogame läuft bisher noch ganz okay. Renekton steht 3-3. Der ist jetzt schon ein paar Mal gestorben. Und alle anderen hauen hier übelst auf den Deckel. Ja. Okay. Ja. gott der ist ja noch nicht einmal alles klar auch jetzt genauso wie mir du bist eine lege mit rektor gehst rum folgierst mittlerweile er hat seine alte jetzt genau so wie mir du bist halt tot ne so boot 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 mr jetzt 160 rüstung jetzt können wir auf jeden fall ein bisschen was machen er denkt sich jetzt gerade warum gehe ich eigentlich die ganze zeit auf eine andere lane ich darf mal hier was hat er ja okay er balbt großen so das erst oben gewonnen alles klar leute bis jetzt beim nächsten mal rein macht's gut und tschüss